wie ist leute und dicks willkommen zu diesem video heute geht es um diesen 1er jordan da ist er schon und zwar ist es ein alter 1er jordan im red colorway ist ein bisschen sehr ramponiert aber den kriegen wir auf jeden fall wieder hin seid gespannt was mit dem jetzt passiert bleibt das video kommentiert abonniert diesen kanal damit ihr nichts mehr verpasst aktiviert die benachrichtigungsglocke und wir starten mit dem video so 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 leute das wird auf jeden fall mit diesem kleinen aufbereitungsvideo gewesen sein ich finde mir ist der schuh ziemlich ziemlich gut gelungen ich habe den shape wieder sehr gut hinbekommen so die ganzen creases und so die sind alle rausgegangen aber der schuh bleibt natürlich nicht so das oder das ist natürlich jetzt der tipp in welche richtung wir uns bewegen werden weil seid gespannt was mit dem passiert und wir sehen uns beim nächsten video peace